Wir bereiten jetzt erst mal Essen zu und wir brauchen dazu natürlich Utensilien. Und über eins dieser Utensilien hat Pratojev eine Hymne geschrieben. Es ist ein sehr, sehr wichtiges Utensil. Es ist ein Löffel. Es ist ein Löffel aus Holz! Fahre in die Suppe, Löffel aus Holz, drüber die Putze, voller Stolz. Und zurück unter nur den letzten Rest, der gar nicht gerne, was ihn nicht lässt. Oh, dicke Zunge, leck ihn an! Es ist dieses Jahr noch nichts Leckeres da! Löffel aus Holz, aus der Birke geschmetzt, hast du beim Essen der Suppe gewisst! Fahl in die Suppe Löffel aus Holz Rühre die Kutze voller Stolz Kratze vom Teller die letzte Rest Holt man nicht gerne, was übrig lässt Dankeschön!